Stellen Sie sich vor das Geländer. Achso, ja klar. Wir benutzen die Maske. So. Ich wette, wir spielen das Spiel in einer halben Stunde fertig. Jetzt sind wir wieder oben. Was bringt uns das? Das hier. Da ist er doch. Der Serial Killer X. Aua. Er hat mich ein bisschen an Paramedic gehabt. Er hat genauso Selbstmatt begangen. Aber wer zur Hölle ist das? Was werden wir jetzt herausfinden? Warum killt er sich einfach? Da. Fingerabdrücke. Fingerabdrücke! Ich hab gesagt Fingerabdrücke. Hallo, warum willst du nicht? Ähm, jetzt wieder. Ja, wovon soll ich denn Foto machen? Davon doch bestimmt. Oh man. Ne, irgendwie stehe ich nicht richtig. Jetzt aber. Jetzt aber. Ich weiß nicht, was ich fotografieren soll, ehrlich gesagt. Ähm, irgendwas mit der Leiche. Aber was? Was ist hier denn? Nix. Den muss ich auch den Kopf fotografieren. Glaube ich zwar nicht. Nein. Die will irgendwie, dass ich die Hände fotografiere. Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen... Ah. Lass mich raten, dann weiter raten. Zerian Killer. Zerian Killer. Ja. Now! Taxpayers wouldn't like you using resources when you're officially on suspension. Farrell, listen to me. Talk to Rosa. We're this close to getting the guy. I don't know what poor innocent schmuck you're chasing, but stop it. Now! Come into the Bureau, give yourself up, and we'll talk. There are things we need to discuss. I can't do it, Farrell. Then play it your way, but we'll find you. Count on it. Looks like you're on your own, Thomas. Ciao! Yep, we're done right now. Oh. Carl? No, Mr. Torturer. Don't you want to know what it feels like? We're not even half done. Carl? 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 Ha, that must be right now. Yeah, that's right. Yeah! I was put on this earth, to bring you to justice. Oh, yeah. Ah, now you're looking at me like a creature. Or will he see... Ah, okay. Let's check it all. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Nervous. Ah, Carl. You've given up. Wait for it. It's a shame. Wait for it. Perhaps you know what you have put others through. Although it makes you even more pathetic that you weren't brave enough to kill yourself. Now I'll have to do the job and make it look right. So sad. Now. You shouldn't have come here. Endgänger! That's what I'm trying to do. Yeah, I can't even know what I'm trying to do. We're now part of the match. Yeah. Hold on. Where are you going? You're weak. What? So, do you know what I'm trying to do? It's probably right. Ah, yeah. Serial killer is coming. Ah, yeah. Follow me. How is he coming here? Or is he coming here? There he is. Final Battle. Na, come here. Ah, super. Ah, I know how I can get him. So, I'm going to get him. I'm going to get him. Okay, I can't even go away. I hate that he's not going to run. Toller Endkampf. Where are you? So, Spantchen, Spantchen. Where is he? Why can I not taser? 、 I don't get him. I know. Come on. I have a problem. I'll turn. Oh-oh. Woah! S'jöna. Huh? Leland. Nephew, bitte hörte mich. Ich bin hier für dich helfen. Du bist nicht selbst. Du bist nicht in deinem eigenen Gehirn. Ich werde dir helfen. Ich weiß von dem, was ich spreche. Oh, klar. Tja, doch noch nicht vorbei? Scheint so. Naja, wisst ihr, was ich gerade im ersten Moment dachte? Ich dachte, der FBI-Agent ist selber der Serial-Killer-X und ist einfach nur schizofreden, weil das mich so gewirkt hat. Weil plötzlich werden wir von einer Schaufel niedergeschlagen und der Typ ist nirgendwo zu sehen. Deswegen dachte ich das. Scheint wohl doch nicht so zu sein. Was? Willkommen zur Bewusstsein, mein Freund. Oh nein. Oh nein. Wir waren gut in den Beginn. Aber du warst ein bisschen ein Fehler, nicht wahr? You still don't get it? I've been using you, Ethan Thomas. I watched you and followed you and used you to find the serial killers you so desperately sought and then killed them. Okay, I must admit, I was a bit dramatic. Killed them the same way they'd killed their own victims. A bit of fun, you know. I got good at it. Shame it ruined you at the Bureau. But some things are unavoidable. Of course, since you're no longer going to be any help, there's no reason to go on this way. How would you prefer to die? I didn't like the torturer's methods much. Too risky. Perhaps a slit across the throat, like the roadside carver. Ah, short and sweet. Or maybe the bone cutter. Neatly dissected the body, removed the internal organs and labeled them for the police to find. Oh, yes, he was one of mine too. Oh, he was so close to him. Is that not the weird zombie thing? Maybe it would be better if you lost a f***er. Oh, a catchmaker! Oh, there is he here. Quickly, you must find and destroy it. It has caused all this madness. What? Go, kill it, now! Okay, yeah, no, 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 no. Oh, my God. This Spiel is... ...verwirrend. Ich muss hier durch. Geht er. Das war so doch noch nicht der Final... äh, Final Battle? Soll ich da drüberspringen, oder was? Ich muss hier durch. Oh! Oh! You belong to us, Ethan. You always belong to us. Da ist er noch! Come here! I need a zombie. Spass. Krass, in den letzten Minuten dieses Spiels sind echt nochmal ganz schön krass, oh, irgendwann gefolgt werden. Äh, wie tritt man nochmal? Ah, hat er ja kam. So, was auszieht. Toll, äh, bin ich jetzt hier in der Falle? Ne, hier nein. Speichern. Oh, ich kann den Spiel ja nicht kennen. Na, herrlich. Was ist wieder Bünd? Zombies. Scheiße, ey. Gar nicht so schwach, das fühl ich. So, weiter geht's. Ja, ich weiß, da lag irgendwo ein Vogel. Scheiße auf die Vogel. I don't need them. And I don't need you either. Und dahin läuft ja. Und deswegen laufe ich auch. Runter zum See wahrscheinlich, oder so. Oh oh. Oh, komm her. Oh, jetzt, jetzt geht's hier los. Was? Ich überlasse euch. Ich überlasse euch. Euch selbst. Nein! Wieso kann ich keinen Taser benutzen? Ach so, ja, weil mein Handkopf ist. Zum Glück ist das Ding nicht so schnell. Ich bin aber auch nicht gerade schnell. Ich hab ja nicht mal mehr genug KP für den, äh, finalen Kampf. Wie soll ich denn das schuppen? Oh oh, ich muss rennen. Oh oh. Jetzt bin ich am Arsch. Der hat ne Fress in die Nemesis, wenn der mal gebrauchtet. Seht ihr? Oh, ich hab doch geblockt. Komm her. Oh, ich hab ja nicht mehr. Oh, das hält ja viel aus wie alt. Oh. 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 Oh, da kommen wir. Oh. Oh. So ey. So ey. Wirklich, jetzt brauch ich langsam ein bisschen Heilung. Und ich muss den Weg finden, ob ich weiterkomme. Muss ich vielleicht da irgendwie hoch? ich bin aber lieber in der Falle geraten ich vermöbel lassen er ist es muss ich Und ich glaube, ich nimm das Gewerr. Warum nicht, ne? Oh, zwei solche fetten Viecher. Kann ich die nicht irgendwie... Kann man die nicht runterspringen? Ja, kann man. Verarscht. Das ist ziemlich dämlich. Oh, oh. Schnell, sonst lassen die das Ding gleich auch gut wieder runter und dann bin ich platt. Da ist er ja schon wieder. Der Nemesis ist verschnitt. Toll. Oh, schon wieder erst der. Krass. Okay, das war's. Wieso hau ich nicht? Oh nein, das ist zwar. Nicht, nicht, nicht. Au. Ja, ich geh auch nicht. Blatt. Mach's. Ja. Ich will treten. Wie geht das denn nochmal? Halt. Meine Räume ist kaputt. Oh. 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 Oh.